Victoria. Auf dem Plan steht heute ein intensiver Workshop-Tag in den Räumlichkeiten einer Galerie mitten in der Stadt. Das Ensemble Eistesis hat zwei Streichkonzerte von Schülern des Kompositionsprofessors Daniel Peter Biro vorbereitet. Zuerst das von Jean Kiley. Die anschließende Besprechung gerät intensiv und geht sehr ins Detail. Die Streicher machen dem jungen Komponisten Mut, viel genauere Angaben zu machen, was er von ihnen will. Und manches wird dann gleich ausprobiert. Dann das zweite Streichkonzert von Timo Pekkonen. Auch hier wird zuerst gespielt und dann geht es ins Detail. Eine sehr intensive Arbeit für alle Beteiligten. Der Leiter des Klangforums, Walter Nussbaum, ist zufrieden. Guter Workshop. Die Stücke waren gut, ideenreich und von handwerklichem Können. Die Komponisten haben eine Vorstellung und der Lehrer konnte das vermitteln, wie sie es umsetzen. Und die handwerklichen Fragen, die sich beim Spieler ergeben, wurden gewinnbringend behandelt. Von den Spielern, mit den Komponisten zusammen. Und die kompositorischen Ideen haben einen Hintergrund und es sind gute Stücke dabei entstanden.